An Weihnachten wollen wir anderen Menschen eine spezielle Freude machen. Ich bin Chantal und das ist Simon. Und heute helfen wir mit bei den Weihnachtsfeiern für alle der Heilsarmee. Wir machen das nicht alleine, sondern in einem Team. Es hat ganz viele andere, die aus der gleichen Motivation auch helfen können. Wir haben nicht genau gewusst, was auf uns zukommt. Es war einfach ein Vorfreudtag, anderen Menschen zu helfen. Einfach hier zu sein, beim Schnätzeln, beim Abwaschen, beim Begrüssen, beim Dekorieren, beim Servieren, was auch immer. Weihnachten ist ein Fest der Freude. Aber es gibt viele Leute, die genau an diesen Tagen einsam sind und es schwierig haben. Wir möchten gerne dazu beitragen, ihnen das Herz etwas zu erwärmen. Wir haben die vielen glänzigen Augen imponiert, weil sie einfach hier sein durften. Alle sind schön angekommen und haben das warme Menü genossen. Der Baum, das Glänze, das Singen, das Gemeinsame. Für mich ist Weihnachten ein Fest des Lichts, ein Fest der Liebe. Und um sich zurück zu besinnen, woher man kommt und dass das, was wir haben, nicht selbstverständlich ist und dass es etwas Grösses gibt. Wir feiern die Geburt von Jesus Christus, die für uns auf die Welt gekommen ist. Für mich ist es wichtig, die Liebe, die er gebracht hat, die er vorgelebt hat und weiterzugeben dürfen. Es ist ein Geschenk, dass wir dabei sein dürfen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ihr liegt gut. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Es synchen kann David Vizie Heavenly Wenn's die Koenzen nie zu sehen. Wie heißt es noch O-O-O-Nein. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020